...für Serbien gegen Lakovic. Das wird ein interessantes Duell. Das ist gleich mal gut gespielt und dann flutscht ihn der... Da ist er in der Offensive und macht die ersten Punkte der Partie. Diodosic, guter Start für die Serben, FS Pilsen, Istanbul, sein Klub. Tepic. Pick'n'Roll gut verteidigt von den Slowenen. Gut nachgegangen von Berowic. Das war... ... ... ... ... Vielen Dank.